I got a grind, 21 Savage, I got a grind So, Jingle Bellick meine Freunde, was geht ab? Letztes Video für das Jahr 2020 Und ich will mich erstmal für das Jahr 2020 bedanken bei euch allen Die mir Support bei jeder Sache, die ich tue, dargelassen haben Ob ich Twitch streame, ob ich Instagram ein Bild hochlade Ob ich, keine Ahnung, bei Twitter irgendeinen Post poste, der für euch scheiße ist Ihr es trotzdem liked und retweetet, was auch immer Ich wollte mich erstmal herzlich bei euch, allen Freunden, Familie Bei der Community, bei allen bedanken Ehrlich, Kuss, Kuss, Kuss für euren Support Und ich denke, wir werden das Jahr 2021 Komplett auseinandernehmen Und uns selber steigern Was die Videos angeht Was uns selbst angeht Und ja, ich hoffe, das Jahr 2020 Äh, 2021 wird unser Jahr Und damit viel Spaß mit dem letzten Video Im Jahre 2020 Und das Jahr 2020 Schließen wir mit einem geilen Video ab Und zwar ist es meiner Meinung nach Die legendärste Waffe In jedem Shooter Die AK-47 Viel Spaß euch Ich bin froh, dass ich mich erinnere Mit einem Schaden Hör den Augen Und ich bin froh, dass ich ihn finde Dann gehen wir uns nach Borscht Und ich bin froh Dann gehen wir uns nach Borscht Ich bin froh So, ist das Leben Nee Bitte Gold Ich bin Gold Ich bin Gold Gümigold Ich bin Gold Ich bin Gold Ich bin Gold Ich bin Gold Gold Ich schwöre Gold JAH Huuu Oh mein Gott Fuck Nein Oh mein Gott Ich habe die Länge gezogen Junge, das holst du hier einfach rein, Digga Was smugt der ab? Boah, hab ich ihn weggehauen, Alter Ja, was? Die rotzt alles weg Was ist mit der Waffe los? Was ist mit der Waffe los? Welche? Arcadia, die ist geistig Was ist mit der Waffe los? Die kostet alles 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 Ich habe mir jetzt die erste Icon gewohnt Ich habe mir jetzt die erste Icon gewohnt Diese sind jetzt eigentlich mit Pro-Clubs Auf einmal Das würde so zu mir passen einfach Ich schwöre, die AK ist geisteskrank Ich schwöre, dass du, glaube ich, meine Lieblingswerke Ich habe einfach diese Klasse, Digga Ich habe einfach diese Klasse, wie ich gerade gesagt habe Ich zocke Visier Mikroflex-LED-Visier Standard Aber das Standard-Visier ist auch eigentlich ganz nice Kann man auch so zocken Mündung, zocke ich den Schalldämpfer Lauf, zocke ich den vorletzten Körper Zocke ich den Tigga-Team-Scheinwerfer Auch wie immer Unterlauf, zocke ich den Schleif-Schallgriff Einfach für die Quantität, sag ich mal Ja, damit ich in die Bandbreite gehe Damit ich mehr Sachen plus Prozent habe Magazin zock ich den Crew Magazin Klammer Magazin Is nice Handgriff zock ich den Crew Elastik-Umwicklungs-Handgriff Und Schaft zock ich den KGB Skelett Schaft Ja, das wäre es eigentlich So zocke ich die Klasse Wie ihr seht hier Gold, Gold Mir fehlen auch nur noch drei Stunden wäre Insgesamt habe ich jetzt schon Lasst mich gucken Insgesamt habe ich Ich glaube 15 Waffen Gold Aber die XM4 Da muss ich euch auch noch was präsentieren Weil die Waffe ist eigentlich auch ganz wild Und deswegen zeige ich euch so wie es ist Danke, dass ihr zugeschaut habt Und ich wünsche euch einen Wunderschön angenehmen guten Rutsch Und das sauft nicht zu viel